Ja ihr Lieben, es ist soweit. In diesem Video hier reden wir noch einmal ausführlich über das scheinbar 2025 erscheinende Spiel Jurassic World Evolution 3. Ja, der Nachfolger von, wer hätte es gedacht, Jurassic World Evolution 2, soll uns angeblich kurz vor Kinostart von Jurassic World Rebirth erwarten. Was im Umkehrschluss dann aber auch bedeutet, dass das groß angekündigte Jurassic Park Survival möglicherweise tatsächlich erst im Jahr 2026 erscheinen wird. Darum soll es aber hier nicht gehen. Wir quatschen jetzt hier einmal über alles, was wir bisher an Fakten zu Jurassic World Evolution 3 haben und auch über Sachen, die ihr mich in den Kommentaren gefragt habt. Tobi, was für Elemente muss denn deiner Meinung nach der dritte Teil des Jurassic World Evolution Ablegers beinhalten? Ich habe da so ein paar Ideen und auch so ein paar Voraussetzungen, wo ich sagen würde, das müsste gegeben sein. Wir quatschen da jetzt mal drüber. Viel Spaß mit dem Video. Zu Beginn würde ich einfach sagen, wir quatschen mal über so ein paar Sachen, die wir bisher wissen. Unter anderem wurden ja schon ein paar Daten geleakt. Damals haben wir uns alle gedacht, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Unter anderem hatten wir von Jurassic Park Survival nämlich das Datum 2026 geleakt bekommen und da waren wir doch alle ein bisschen verdutzt, weil wir uns gedacht haben, Moment, aber nächstes Jahr kommt doch schon Jurassic World Rebirth im Kino. Lässt man sich da nicht irgendwie so den perfekten Zeitraum für den Release eines neuen Jurassic Games entgehen? Und ja, tatsächlich wäre das irgendwie blöd gewesen. Allerdings haben wir kurz darauf die, naja, ich nehme es mal, weiteren Gerüchte bekommen, die sich jetzt langsam immer mehr verdichten, dass 2025 das Jahr sein wird, in welchem wir Jurassic World Evolution 3 bekommen. Demnach können wir sagen, ja, es kann tatsächlich passieren, dass Jurassic World Evolution 3 nächstes Jahr erscheint, also 2025 und Jurassic Park Survival eben dann erst ein Jahr später. So viel erstmal dazu. Das sind bisher aber nur Gerüchte, wir haben hier noch keine wirklich festen Daten und ja, ich weiß, bisher ist Jurassic Park Survival ganz klar als 2026 gelistet. Allerdings kann das Datum immer noch einfach ein reiner Platzhalter sein, weil das Spiel vielleicht noch nicht fertig ist und man lieber ein Datum in fernerer Zukunft angibt und dann, wenn das Spiel fertig ist, vielleicht doch noch sagt, okay, wir hauen es jetzt doch irgendwie früher raus. Ich bin der Meinung, das wird nicht passieren. Ich glaube nicht, dass wir zwei AAA-Jurassic-Titel im selben Jahr bekommen. Deswegen, wenn ihr mich fragt, sage ich, wahrscheinlich wird es nächstes Jahr Jurassic World Evolution 3 werden und eben ein Jahr später, 2026, erst Jurassic Park Survival. Aber ich habe mich da auch schon bei Jurassic World Chaos Theory geirrt und auch gemeint, die werden ja wohl kaum zwei Staffeln im selben Jahr veröffentlichen, was jetzt allerdings auch passiert ist. Sollte Jurassic World Evolution 3 allerdings doch tatsächlich kurz vor Kinostart von Jurassic World Rebirth erscheinen, was ja Sinn ergeben würde, rein marketingtechnisch und auch generell vom Zeitraum, wenn Jurassic World Rebirth vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen Platz im Spiel einnimmt, sollten wir uns mal drüber unterhalten, was meiner Meinung nach das Spiel beinhalten sollte. Oder ganz kurz vorweg, wir besprechen erstmal die Informationen, die wir von den Entwicklern selber bisher bestätigt bekommen haben. Denn die haben sich schon vor geraumer Zeit dazu geäußert, worauf wir uns in diesem Spiel definitiv einstellen können. So wird Jurassic World Evolution 3 zum Beispiel ein reiner Next-Gen-Titel werden. Das Spiel wird also auf gar keinen Fall für die Nintendo Switch, für die PS4 und auch nicht für die Xbox, was war es gewesen, One? Also auf jeden Fall das PS4-Pardon von Microsoft. Dafür wird das Ganze nicht mehr erscheinen, sondern eben nur für die Next-Gen-Konsolen. Der Grund hierfür soll ebenfalls die neue Engine sein, die dafür sorgen soll, dass wir ein umfassendes Environment-Feeling bekommen, also eine wirklich stark realistische Umweltumgebung. Und tatsächlich wurde von den Entwicklern hierbei so stark auf die Umwelt eingegangen, dass die Dinosaurier hier so ein bisschen beiseite gelassen werden. Und auch da haben ein paar von euch mir geschrieben, Tobi, meinst du, die machen da gar nichts mehr an den Dinosaurier-Modellen? Und ich muss sagen, doch, das wird definitiv passieren. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass die Saurier auch in Jurassic World Evolution 2 schon sehr, sehr geil ausgesehen haben und zum Teil wirklich fotorealistische, naja, Grafiken aufweisen konnten. Das Ganze wird mit Sicherheit in einem Next-Gen-Jurassic World Evolution 3 nochmal weiter nach oben gepusht werden. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Punkt, der uns hier wirklich beeindrucken wird, die gesamte Umgebung sein wird. So soll es unter anderem zu wesentlich realistischeren Wetterveränderungen geben, wie Sonne, Schnee, Regen, Stürme, irgendwas drum und dran. Dinosaurier sollen des Weiteren auch auf das Wetter reagieren. So sagen erste Gerüchte, dass wir jetzt auch endlich mal schwimmende Dinosaurier erleben können, wie zum Beispiel einen schwimmenden Dinosaurus, einen schwimmenden Tyrannosaurus Rex und andere Konsorten. Und auch das macht irgendwie Sinn, denn das Spiel Prehistoric Kingdom, das schon länger draußen ist, das hat bereits schwimmende Dinosaurier mit integriert. Und hier bin ich auch der Meinung, dass so ein Game da vielleicht auch, naja, ein kleiner Vorreiter von dem sein sollte, was Dinosaurier im Endeffekt dann auch in der Natur selbst erleben können. Das Game soll außerdem ebenfalls das sogenannte Raytracing ganz stark unterstützen, was für realistischere Spiegelungen und eben Lichteffekte in Spiegelungen sorgt. War der Satz korrekt? Ihr wisst auf jeden Fall, worauf ich hinaus will. Das sind so die Dinge, die uns die Entwickler bisher an die Hand gegeben haben, worauf wir uns auf jeden Fall freuen können. Jetzt habt ihr mich aber eben in den Kommentaren des Öfteren gefragt, Tobi, was wären denn jetzt so Sachen, die du in Jurassic World Evolution 2 ganz gerne sehen würdest? Ich habe mir da ein paar Gedanken drüber gemacht und über die quatschen wir jetzt hier mal ganz kurz. Unter anderem würde ich von einem dritten Jurassic World Evolution Spiel verlangen, dass sämtliche Dinosaurier von Jurassic World Evolution 2, auch die, die in den DLCs nur käuflich verfügbar waren, dass die von Anfang an bereitstehen. Warum bin ich der Meinung, dass das wichtig wäre? Abgesehen vom Kostenfaktor natürlich. Ich finde, sollte man jetzt erneut Kreaturen wie den Megalodon oder gefederte Dinosaurier in irgendwelche DLCs packen, dann werden die erst nachträglich hinzugefügt. Denn DLCs erscheinen immer erst einige Zeit nach Release des offiziellen Games. Damit würde man sich hier tatsächlich ein Bein stellen und das Spiel mehr oder weniger wieder ausbremsen, da man jetzt erneut Dinge als DLCs anbieten müsste, die wir eigentlich schon längst gekannt haben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie die ganze Nummer damals abgelaufen ist, als wir den Übergang von Evolution 1 zu Evolution 2 gebracht haben. Aber trotz allem wäre das so eine Voraussetzung, wo ich sagen würde, bringt uns in Jurassic World Evolution 3 direkt die gesamten DLCs von Teil 2 mit in das Spiel rein und lasst die Spiele einfach kein zweites Mal für diesen Content bezahlen. Als nächstes würde ich mich sehr über eine Sache freuen, bei der wahrscheinlich viele von euch da draußen sagen werden, Ah, okay, würde ich jetzt gar nicht mal so sehr brauchen. Für mich wäre auf jeden Fall aber sehr wichtig, dass das Spiel eine Kampagne besitzt. Ich liebe die Kampagnen von Jurassic World Evolution. Gerade eben die Hauptkampagnen, die eben nicht per DLC nachgereicht werden, die haben mir dann doch sehr viel Spaß gemacht. Und gerade in Jurassic World Evolution 2 fand ich die Nummer sehr cool, dass das Spiel ebenfalls eine Brücke zu Jurassic World Dominion gebaut hat. Und ja, ich weiß, das Spielen, die Kampagne ist nicht offiziell Kanon zu der Filmreihe. Warum auch immer, denn es macht irgendwie Sinn, dass die Erlebnisse, die wir eben dann hier spielen, tatsächlich vor Jurassic World Dominion passiert sind. Hier ist dann natürlich wieder die Frage, je nachdem, was wir in Jurassic World Rebirth erleben werden, ob man dann da eine gescheite Kampagne irgendwie zusammenwurschteln kann, weil das Spiel wird sich dennoch irgendwie versuchen, auf einen Parkaufbausimulator zu berufen. Und ja, soweit wir eben wissen, wird Jurassic World Rebirth so gut wie gar nichts mehr mit irgendeinem Park zu tun haben. Da muss man eben mal abwarten, wie das Ganze abläuft, aber trotz allem würde ich mich sehr über eine Kampagne freuen. Punkt Nummer 3 wären coolere Dinosaurierkämpfe. Und ja, ich weiß, Jurassic World Evolution 2 hatte bereits sehr, sehr geile Dinosaurierkämpfe gehabt. Allerdings muss ich sagen, die wurden irgendwann ein bisschen langweilig, denn wir hatten immer dieselben Animationen und Dinosaurier haben sich vor allem wirklich, wie in den guten alten Pokémon-Kämpfen, immer abwechselnd angegriffen. Ich meine, ja, es gab hier und da auch mal Momente, wo vielleicht ein Dinosaurier zwei Angriffe nacheinander gestartet hat, aber die haben eben nie gleichzeitig in einer Animation versucht, sich gegenseitig umzubringen. Das Ganze war eben einfach sehr vorkonstruiert, was logischerweise auch mit der Leistung und der Kapazität der damaligen Spielegeneration zu tun hatte. Da würde ich mir jetzt hier ein bisschen mehr wünschen. Zum Beispiel könnte man jedem Dinosaurierpaar in den verschiedenen Kämpfen, um die fünf bis sechs verschiedene Kampfanimationen zuweisen, die komplett durch Zufall generiert sind. Diese verschiedenen Kampfanimationen könnten dann zu verschiedenen Verletzungen führen, die dann weitere Kampf- und Bewegungsanimationen hervortriggern. Das wäre natürlich ein gewaltiger Akt, sowas zu programmieren, aber ey, jetzt aktuell, wo ich gerade Dragon Ball Sparking Zero zocke, muss ich wirklich sagen, es geht. Also die Firmen, die Entwickler können auf die Fans hören und das lohnt sich tatsächlich. Ich bin der Meinung, dass Dinosaurier hier noch wesentlich dynamischer wirken sollten. Und wenn ihr uns noch ein ganz, ganz, ganz krasses Plus obendrauf geben wollt, wenn ihr wollt, dass wirklich jeder Dinosaurier-Nerd da draußen sagt, ey, ich kauf das Spiel schon jetzt, ohne zu wissen, was es kostet, dann lasst uns vielleicht auch selber als Spieler in die Rolle verschiedener Dinosaurier schlüpfen. Das mag sich jetzt erstmal so ein bisschen out of context anhören, tatsächlich bin ich aber auch ein riesiger Verfechter des 1997 erschienenen Jurassic Park Warped. Quasi eine Tekken-Variante mit Dinosauriern, von dem es nie ein Remake oder eben ein Teil 2 gegeben hat, weil das Spiel alleine stehend vielleicht auch gar nicht so viel Sinn ergibt. In einem Jurassic World Evolution 3 könnte man das allerdings ändern. Man könnte hier in die Rolle verschiedener Dinosaurier schlüpfen und könnte so bestimmte Kämpfe selbst am Controller, vielleicht sogar online gegen andere austragen, während die Besucher, die Gäste, die NPCs da draußen auf genau diese Kämpfe reagieren. Möglicherweise ebenfalls auch Wetten abschließen und eben mit den Kämpfen, die wir austragen, agieren würden. Das wäre eine Funktion, die sollte man nicht außer Acht lassen, denn ja, wir haben bereits unfassbar geniale Dinosaurier-Modelle. Lasst uns die einfach auch selber spielen, das wäre doch sehr geil. Ein letzter ganz großer Punkt, der irgendwie auch daran anschließt, ist der, dass man sich bei Jurassic World Evolution 3 eine Kleinigkeit von Animal Crossing abgucken sollte. Ja, einem Spiel, das damals wirklich einen riesen Hype losgelöst hat. Ich selbst habe es leider nie gespielt, weil ich irgendwie auch zu ungeduldig für sowas bin, habe aber öfter mal mit zugeschaut, wenn es andere gezockt haben. Und Animal Crossing hatte einen sehr interessanten Faktor. Wir konnten uns hier eine eigene Insel selber aufbauen, alles selber einrichten und konnten dann Freunde über einen Online-Modus einladen, unsere Insel zu besuchen. Gebt uns genau das auch mit Jurassic World Evolution 3. Ich würde mich so darüber freuen, wenn wir als Community einfach verschiedene Parks aufbauen können und dann könnt ihr mir zum Beispiel eine Einladung schicken und dann kann ich mich unter die NPCs mischen und als Parkbesucher eure Attraktionen und alles drum und dran begutachten. Dabei sollten wir aber auch die Gebäude, die wir bauen können, nicht außer Acht lassen. Auch die sollten um einiges detaillierter benutzt werden als noch im Spiel davor. Denn da waren es eigentlich immer nur so, ja, leere Raumhüllen gewesen. Sollten wir also jetzt die Möglichkeit bekommen, ebenfalls als Parkbesucher die Jurassic World Parks anderer Spieler zu besuchen, so müssten Häuser oder eben auch Attraktionen begehbar sein. Das heißt nicht, dass ich dann einfach irgendwie per Knopfdruck in eure Lagune gehe und dann drücke ich X und dann bin ich direkt unten. Nein, ich möchte bei der Lagune die Tür öffnen, will durch einen gewaltigen Flur mit Glaswänden durchlaufen und mich dann eben selbstständig in eure Attraktionen reinsetzen können. Und wenn wir schon dabei sind, verpasst der Nummer auch noch einen VR-Modus. Ja, lasst mich oder lasst euch da draußen die Jurassic World Parks von anderen Leuten in der virtuellen Realität besuchen. Das wären so Dinge, wo ich der Meinung bin, ey, das würde das Spiel doch einmal extrem aufpeppen und ich finde, die Sachen, die ich hier vorgestellt habe, sind gar nicht mal so unwahrscheinlich. Zumindest wäre es nicht unmöglich, das umzusetzen. Andere Spiele haben es ja auch hinbekommen. Jetzt frage ich aber dich, wie ist deine Meinung dazu? Was sagst du zum Thema, dass die Umgebung in Jurassic World Evolution 3 wesentlich realistischer sein sollte? Was sagst du zu meinen Vorschlägen zum Spiel und was hast du noch für eigene Vorschläge? Schreib es mir in die Kommentare unten rein, in diesem Sinne, ihr Lieben. Bin ich raus mit dem Video für heute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020